Musik Hallo, ich bin Stefan Bolli und bin Trainer hier bei der Swiss Tennis Akademie hier in Ville. Mein Ziel ist mit den Jungs, dass sie mental Vorschritte machen, weil ich finde, es ist einfach das Wichtigste, vor allem bei diesem Alter. Und ich glaube, ich arbeite 80% von dem jeden Tag mit ihnen. Mental ist für mich sehr wichtig, wenn sie irgendwann mal eine Chance haben wollen. Musik Musik Es braucht jetzt die Arbeit und nicht später, vielleicht ist es später nachher. Und die ganze Arbeit auf dem Platz ist basic und individuell, klar für jeder. Aber vom konditionellen Bereich sind sehr gute Trainer da. Wir machen da so viel wie möglich auf dem Platz. Aber ja, wichtig ist eben das Mentalbereich und mit dem muss ich zuerst einmal anfangen. Musik 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 Musik